Die Mimi Fiedler sang Manic Monday von den Bangles, das hatte der Gil ihr rausgesucht, weil sie ist ja so eine Verrückte. Und ich muss sagen, wie sie das gesungen hat, klang jetzt nicht so, als sei sie eine Verrückte. Es klang steif und gefühllos und angestrengt, so als sei sie einfach ein Amateur, der nicht weiß, wie man so einen Song rüberbringt und verkauft. Aber das sah natürlich weder der Gilsoh noch die Jury. Es gab sinnfreie Belobhudelung. Super, 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 super. Es ist langweilig, sich sowas anzugucken, wo Juries hocken, die eigentlich angeblich eine Einschätzung bieten sollen, aber eigentlich nur Propaganda betreiben und im Auftrag des Senders lügen. Sag ich mal einfach so knallhart, wie sie es.